Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 4282 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Den Arztberuf auszuüben, ist gesellschaftlich hoch angesehen und respektiert. Den Arztberuf auszuüben, ist gesellschaftlich hoch angesehen und respektiert. Mein Zahnarzt hat mir eine neue Zahnpasta empfohlen. Meine Zähne sind jetzt weißer als vorher. Mein Zahnarzt hat mir eine neue Zahnpasta empfohlen. Meine Zähne sind jetzt weißer als vorher. Mein Zahnarzt hat mir eine neue Zahnpasta empfohlen. Meine Zähne sind jetzt weißer als vorher. Willst du wirklich mit diesem außergewöhnlichen Kopfschmuck zur Party gehen? Willst du wirklich mit diesem außergewöhnlichen Kopfschmuck zur Party gehen? Telefon aus, Entspannung an. Jetzt stört mich keiner mehr. Telefon aus, Entspannung an. Jetzt stört mich keiner mehr. Ich bin bereit für das Training. Der Sandsack wartet schon auf mich. Ich bin bereit für das Training. Der Sandsack wartet schon auf mich. Ich bin begeistert von deinen Vorschlägen. Wir werden genau das tun. Ich bin begeistert von deinen Vorschlägen. Wir werden genau das tun. Ich bin begeistert von deinen Vorschlägen. Wir werden genau das tun. Ich spüre schon die Aufregung. Heute wird ein ganz besonderer Tag. Ich spüre schon die Aufregung. Heute wird ein ganz besonderer Tag. Was mixt der Barkeeper da? Warum ist so viel Eis im Glas? Was mixt der Barkeeper da? Warum ist so viel Eis im Glas? Oma bringt die Gartenabfälle mit dem Fahrrad zur Deponie. Oma bringt die Gartenabfälle mit dem Fahrrad zur Deponie. Erzähl niemandem, dass ich schon wieder ein Eis gegessen habe. Erzähl niemandem, dass ich schon wieder ein Eis gegessen habe. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Wir müssen unsere Köpfe zusammenstecken und eine optimale Lösung für den Patienten finden. Lohnt sich der Kampf um meinen Mann noch, oder soll ich einfach aufgeben? Lohnt sich der Kampf um meinen Mann noch, oder soll ich einfach aufgeben? Ich liebe die körperliche Herausforderung beim Wandern und die Panoramablicke. Ich liebe die körperliche Herausforderung beim Wandern und die Panoramablicke. Am liebsten trage ich Sandalen, das ist besser für meine Füße. Am liebsten trage ich Sandalen, das ist besser für meine Füße. Das Leben macht Spaß. Ich freue mich immer auf den nächsten Tag. Das Leben macht Spaß. Ich freue mich immer auf den nächsten Tag. Was hältst du in deiner rechten Hand? Wir haben die Stromrechnung erhalten. Hast du schon gesehen, was wir bezahlen müssen? Die Dusche ist ziemlich eng, aber wir haben Platz für eine Waschmaschine. Wie lange spielst du schon Schach? Bist du ein guter Spieler? Wie lange spielst du schon Schach? Bist du ein guter Spieler? Die Kaffeebohnen werden in speziellen Kaffeesäcken geliefert. Die Kaffeebohnen werden in speziellen Kaffeesäcken geliefert. Warum tust du das? Wir haben es ganz anders vereinbart. Ich verstehe das nicht. Warum tust du das? Wir haben es ganz anders vereinbart. Ich verstehe das nicht. Das Tablet ist mein Hauptarbeitsmittel. Ich kommuniziere damit mit allen Abteilungen unseres Hauses. Das Tablet ist mein Hauptarbeitsmittel. Ich kommuniziere damit mit allen Abteilungen unseres Hauses. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Das Tablet ist mein Hauptarbeitsmittel. 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 Das Tablet ist mein Hauptarbeitsmittel.